Meine Damen und Herren, guten Abend. 1963 versuchte Indonesien, die neu entstandene Föderation Malaysia mit militärischem und diplomatischem Druck, der Austritt aus der UNO gehörte dazu, zu zerschlagen. Das Unternehmen misslang. Drei Jahre später kehrte Indonesien in die UNO zurück. Eine Gelegenheit für die Opposition, die Weltöffentlichkeit auf die innenpolitische Situation des Landes aufmerksam zu machen. Nach anderthalbjähriger Abwesenheit konnte der Vorsitzende Paschwak in der UNO-Vollversammlung wieder eine indonesische Delegation begrüßen. Bevor jedoch die Indonesier ihre Plätze einnehmen konnten, brach auf der Zuschauertribüne ein Tumult los. Eine Gruppe von Demonstranten erinnerte daran, dass in Indonesien rund eine Million Kommunisten umgebracht worden sind. Auf Einladung des Präsidenten der Vollversammlung begab sich dann Außenminister Malik, der die indonesische Delegation anführte, auf die Rednertribüne. In einer kurzen Erklärung dankte Malik für die Wiederaufnahme seines Landes. Willkommen und für Ihre Kooperation in smoothen die Weg für unsere Rückkehr zu den UNO-Vollversammlung.